Du kriegst jetzt den Time Out. Ach so, scheiße, wir müssen ja Werbung, ich glaube es ist Werbung, oder? Ja, oder? Wir werden ja nicht bezahlt, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Egal, wir sagen trotzdem Hashtag Werbung, Hashtag Unbezahlbewerbung, dann hat sich das erledigt. Ich muss nur kurz nochmal, mach es einfach. Nämlich die Kamera immer anschaltet in den Puschen. Also da konnte ich jetzt echt nichts dafür. Okay, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich wollte den Rasen abfackeln, dann wollte ich Hopplofarbe herstellen mit euch. Okay, geschlagen habe ich nicht, das wären nur die Mods. Ich bin zu dumm, um zu trinken. Patschi, 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 Patschi. Ich muss hier von meiner Schwester klauen sollte, was halt schon ziemlich böse ist.